Das ist so ein bisschen meine Fällen, wirklich, Junge. Ich hab einen erwischt, ich hab einen! Da, 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 links! Oh mein Gott! Hinter uns, hinter uns, hinter uns! Guck mal, Hellblade gibt's auch. Ja, die Fählist, die hab ich auch schon gewünscht. Die ist auch ganz witzig. Da muss ich tatsächlich auch direkt an Hellblade denken. Ja gut, diese Tochter des Verschwenders, das ist ja so ein DLC-Ding. Ja. Da muss ich auch so ein bisschen an Bloodborne denken. Äh, warte mal an. Was ist denn? Und Bloodborne? Ja, die hat halt so dieses... Ja, dieses Uniformmäßige so an, wie so ein paar Jäger. Na, holt ihr euch jetzt andere Charaktere, oder was? Äh, auf keinen Fall. Denn ich bin so aus Spaß hier im Laden. Ach, das sieht man schon sofort. Ja, man sieht's schon. Ja, man sieht's schon. Okay, du hast ja einen Mann aus den Bergen. Ja, dann hol ich mir Hellblade, komm. Ja, das sieht auf jeden Fall nach einer, nach einer erfolgreichen, sieht nach einer Runde aus, wenn man sagt, nach einem Team und sagt, oh, Alter, die machen uns sowas von fängt. Ja, da sieht man sofort weg. Ja, das ist ja ein anderer, nach einer weg. Ach,eeeeh, richtig. Heheheh. Ja, ja, man kann sich sogar so einstellen, dass der, ähm, dass die Gesundheit und die aus Dauer, dauerhaft angezeigt wird. Oh, das muss ich glaube ich mal machen. Raben! Wir alle wie ne Flasche gleich in der Hand haben. Wieder nur eins hier. Einzelne gefällt mir nicht. Ich kann es auch lieber mit zwei. Hier, Feuertyp. Hier sind wir! Hier! Wir sind sicher, wir sind sicher. Ich habe eine gute Waffe. Ah, sehr gut, wir haben zwei gute Waffen. Ah, alles gut. Eure Flugwaffen? Brauche ich mal kurz. Feuer ist bei denen echt gut. Wollt ihr hin Richtung Kirchen? Das ist nochmal eine gute Waffe. Nein, ich brenne. Nicht brennen. Ich finde es auch sehr schön, wie er das Feuer ausklopft. So ganz langsam so, äh, ja, ab. Ja, muss schon cool aus, wenn man Feuer ausklopfen. Also. Herr, wo ist das Ziel? Hä? Ach, hier. Ich dachte, das wäre einfach eine Tür. Was war da markiert? Ja, Hunde. Oh, okay, komm. Da draußen? Ja. Dann bleiben wir lieber hier drin, ne? Hinter euch, oder, äh, links. Geh mal gleich zu Getreide, oder? Geh mal gleich zu Getreide, oder? Schüsse von da, wo wir herkamen. Oh, hier ist das wichtige Haus. Wir wissen ja, was da drin ist. Oh ja, das ist ganz wichtig. Richtig. Immer wieder ein Absteckerwerk hierher. Ah ja, ich geh mal durch das Fenster ran. Ja. Sehr gut. Das ist so ein bisschen meine Fellenhütte hier. Ja, das ist ein schöner Ambiente. Oh, da sind welche. Hast du gesehen? Nee. Kommt nur reinrennen gerade. Ich hab einen erwischt. Die werden gerade von unten angegriffen. Mach den Klee immer auf. Kannst du nochmal markieren? Ich hab noch einen erwischt. Hinter dem Berg jetzt sind die Jügel. Die sind da. Ich seh den Hund ja hierher. Ich hab einen erwischt. Ich hab auch einen. Er ist tot. Einer muss doch, glaub ich, rumrennen, oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gerade noch. Vielleicht war es auch ein Zweier-Team. Also da liegt er noch rum. Das war ein Hund. Ja, das Klavier bringt's. Hat es so viel runtergehauen. Jetzt hab ich auch einen Schrubbswende gehabt, oder sowas. Oh, der hat 100 Dollar doppelt. Ah, oder die. Ich hab nichts bekommen. Geil. Da schießt jemand, da schießt jemand. Ach, der ist tot, Achtung. Jo. Da. Jo. Hab wir drauf. Auf ihn einmal. Könnte tot sein, haben zwei. Ne. Ich heil mich kurz. Der rind da rum. Oh. Ach, nachladen. Ja, da war ja was. Ist er tot? Ui. Ja. Er ist tot. Hatte 50 Dollar dabei. Oh. Ein Verbrauchsgüter. Wo lag denn der Dritte? War er, ist noch ein Dritte? Äh, ja. Warum kriegst du halt nicht über Kopfgeld? Das ist so gra. Erbus. Warte mal. Ich kann mal gucken, an welchen Jügel das jetzt hier vorne hat. Ah. Ich hab mir voll ins Gesicht geschossen, der Penner. Ja, und nochmal 75 Dollar. Ich hab nichts bekommen. Ach komm ey. Häng nochmal durchs nochmal. Du hast doch Geier, oder? Ja, oder ich mich ja auch. Jetzt da, 100. Ich glaub, ich müsste auch nochmal durchsuchen. Schießt schon jemand wieder noch? Auf uns. Nee, weiter weg. Ja, jetzt hab ich auch nochmal 200. Jawohl. Ja. Jawohl. Ja, das ist am Versorgungswagen wahrscheinlich. Getreide müde wird aufgeballert. Das könnte auch die, hier die Zugstation, Dorsen Station sein, dass der Schrottschnabel da ist. Aber ich muss sagen, wir gehen trotzdem drückt rein, die Mühle, weiter. Ja, okay. 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 Jetzt seh ich doch was. Oh, Gottes willen, hab ich mich gerade erschossen. Du hast dich erschossen? Ja, ich hab mich erschossen. Keine. Erzähl, ihr wollt doch direkt ins Gefängnis. Ja, ich überlege auch gerade. Das ist völlig falsch. Ja, weiß nicht, wo wollen wir hin? Aufmöglich zum Getreidemühle, geradeaus. Welche Bist du mit drei Punkten? Ne, zwei Punkten. Ja, genau, da wurden wir drei Mühle. Aber ich habe halt gerade zu diesem Gefängnis, das ist ja nicht, Ford Kamek. Weißt du. Aber, ja, vier und lieber zu Getreidemühle. Was ist das denn? Ist das Panzer da oder so? Ich mag die Getreidemühle nicht. Habe ich nur schlechte Erfahrungen mitgemacht. Da sind wir jedes Mal verreckt drin. Aber erst mal hinzufangen. Ja. Sehr gut. Marco, wie kannst du das übersehen? Ei, ei, ei. Der war doch so offensichtlich platziert. Das tut mir leid. Wer schießt? Ja. Ich habe einmal geschossen. Also einmal. Ich habe jetzt einmal... Das bin ich nicht. Irgendwas schießt, oder? Ja. Achtung. Hier höre ich nichts, ey. Alter. Alter. Wer hat das Klavier angemacht? Da. Da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Also Spieler. Oh, das sind vielleicht Klopps. Die sind auf jeden Fall gerade gerannt. Ja, ich sehe euch doch. Kommt doch mal vor. Ich sehe die ganze Zeit nur raten. Ich habe einen. Tod. Die sind hier. Oh. Der eine ist da irgendwo. Komm mal. Ja, ich habe ihn gesehen. Der rennt da. Der rennt da an der Wand lang. Genau. Einmal habe ich ihn erwischt. Ich glaube, der ist tot, oder? Nee. Doch, der ist tot. Ah, okay. Okay. Lebt noch einer von denen? Weiß nicht. Ich habe nur noch den. Ah. Über den einen gesehen. Oh, das warst du. Oh. Ja, hinter mir. Hinter uns kam gerade ein Sofjan Kranz. Das ist doch. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Ich wurde abgeschossen. Wo? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich kann von hinten. Ich kann mich kurz. Ach, kann ich nicht. Ich werde nicht vergiftet werden. Ah, fuck, ey. Der guckt da raus. Der guckt aus dem, aus dem, aus dem Fetz da raus. Ja, der schießt aus mich. Ich glaube, es leben noch zwei von denen. Das kann sein. Oh mein Gott. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Schossen, ja. Einen habe ich. Oh, ich bin schon wieder ins Gift reingerannt. Ach, fuck you. Noch welche? Ich überlege gerade, ob der Typ noch im Haus ist. Tod war er nett, oder? Also, hier habe ich ihn gesehen. Vielleicht sind die, da durch die Bienen. Oh, der ist außen rum gerannt. Vielleicht war das der, der gerade von der Seite kam. Da habe ich so eine Schwammbombe reingeschmissen. Denk dran, es müssen noch zwei Spieler leben. Ist es denn abgehauen? In irgendeinem Gebäude drin? Ich bin jetzt hier einmal durchgelaufen. Vielleicht ist es abgehauen. Also, ich habe einen gekillt auf der Straße. Okay. Ich glaube, der könnte nicht durch deine Schwammbombe vielleicht draufgegangen sein, der in dem Haus. Aber ich suche die Leiche gerade. Ich finde jetzt halt auch nichts. Ja, stimmt, ne? Ich denke mal, der, den du auf der Straße getötet hast, der hat mir auch den Rücken geschossen. Wichtig ist, er ist in das Haus reingerannt drin. Und dann haltet ihr unten am Fenster, aber... Hier ist das Ding hier rot. Ist der Hinweis rot? Guckt ihr mal nach, ich sehe das nicht. Ich weiß nicht, was da rot sein soll. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie es jedes Mal wieder normal aussieht. Wo seid ihr? Bei dem Hinweis. Geh einfach mal zum Hinweis. Guck mal, ob der rot ist. Das zeigt, dass Gegner in der Nähe sind. Nee, der ist gelb. Also so weiß. Oh, hier liegen ja zwei Spieler. Auf der Straße. Beim Gift. Eine Gift ist einer verreckt scheinbar. Ja, genau. Der hat einen, den ich gekillt habe. Jetzt gibt es, wie lange das? Der andere liegt hier hinter dem Magen. Ah, guck an, den habe ich erschossen. Den habe ich aber schon. Okay, haben wir beide erschossen. Ah, oder? Also ich habe auch wieder auf den Grau erschossen. Hey, den kenne ich doch irgendwo. 150. Ich habe eine Verwandtstasche bekommen. Ich wurde in einem Paralleluniversum getötet. Ah. Vielleicht, du bist so an der Kammer. Du bist jetzt der Gegner. Ja. Ähm, okay. Vielleicht gehen wir hier nach Osten zu diesem Arden Parish oder was du bist. Oh, genau. Ich glaube, ich habe ein neues Favoriten gewählt. Das ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Es gibt es auch eine Scheidung von Tobik. Echt? Ich habe schon gesagt, hast du wieder so ein Buße? Dann lieber vielleicht eine Scheidung der Pistole mitnehmen. Weiß ich nicht. Oder eine Schuss. Oder eine Schuss. Ja, natürlich auch. Ich habe einfach so ein Buße. Ganz leise. Jo. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ah! Ich könnte noch Munition gebrauchen. Im Norden sind hier Güter, also Warentransport. Verzockungstransport, ich weiß auch nicht. Karren. Nachmachen. Achtung, wir kommen. Wie ist das Feuer jetzt rot? Ist das rot? Das ist grün, orange, gelb. Ja, jetzt ist es orange, ja. Also ich glaube, das war nicht dieses rot. Also dieses richtig richtige rot. Aber das heißt nichts Gutes für gewöhnliche, ja? Das muss doch dann richtig, richtig feuerrot sein, oder? Keine Ahnung, da fragst du falschen. Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht nach Nordosten gehen, Munition holen. Westbünd, Westbünd. Ja, ich fern auch weg. Das ist immer noch hinter euch. Oh, ich will diese Feuerfücher. Ich will noch nach Nordosten. Die Feuerfücher sind echt krass. Die, Tante. Ich werde noch einen, oder? Ja, wir sehen. Wie mehr. Was ist das denn? Schwache Gif-Geggif-Spritzer. Okay, dann... Vielleicht ein Schrottschnabel. Genau. Ich finde, wenn ein Ziel da wäre, ist... Also, nur ein Ziel hast. Ich habe die Raben nicht getroffen. Ja, warte ich. Nein! Toll, ich hätte hinten auch eine Laterne holen können, gell? Egal. Oh, das sind doch mal Raben. Okay, ich hole eine Laterne. Und da sind noch Hunde. Oh, alles voll hier. Ja, ich finde, wenn nur ein Ziel auf der Karte ist, dann kann das ruhig variieren und muss nicht der Schrottschnabel sein. Das hat schon... Das hat kämpft immer gegen den. Hier ist kein Laterne mehr. Der Schrottschnabel. Tja, das kann Laterne mehr. Na gut. 20 Punkte schon. Und wir bekommen noch mal sechs durch den Schrottschnabel. Wenn man killen. Ich meine, aber es sieht so aus, ob wir jetzt noch Plakate wären. Ja. Also, vermutlich. Aber, dass er jetzt noch lebt. Achtung. Was? Hunde. Ich weiß nicht, ob du die noch brauchst, oder? Ja, ich brauche noch ein paar. Ich brauche noch 13. Komm mal her. Was hat er denn? Da ist schon was Wichtiges drin. Hau-Munition. Tatsächlich braucht noch jemand, bei dem man sehr wenig Munition. Hier wäre welche. Dort im Laufe. Ja, ja. Oh, du musst ihn einfach machen. Aha. Aha. Treffer. Oh, ist die in meiner Augen, da? Ich habe durch die Gitter gesehen, hier. Ja, 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 ja. Bienen-Tante. Da ist noch eine Bienen-Tante. Okay. Fleischklops. Wollen wir mit dem machen? Der steht gerade neben dem Kopf. Ja, es sind zwei. Da rechts noch einer, ja? Da ist einer und da ist einer. Okay. Oh, der war gut. Da kommen wir nach unten rechts auch noch, oder? Oh, der ist teuer. Ah, okay. Hat jemand Schallkloppen, was ich, angemacht? Ja, ich, ich. Oh, okay. Oh, Gott sei Dank. Ich brauche schon gerade überlegt. Scheiße, du hast recht. Ich will da mal ein bisschen Munition sparen, weil hier ist ja keine Munition mit dem Schottschnabel, ne? Bienen-Tante von hier. Oh, Gott, Alter. Was tu denn jetzt hier? Komm her, Schlosschnabel. Ich habe eine ganze Kette voll mit Munition für dich. Hahaha. Okay. Bienen-Tante. Nee. Ich sehe nichts. Alter, ich fährt weg. Ich fährt weg. Ist gut? Ja, okay. Ich fährt abgeschossen. Ich fährt abgeschossen. Schuss. Ich kann mich... Äh, scheiße. Ich heil mich. Oh, ich auch. Ich bin tot. Ich kann mich heilen, weil ich vergiftet bin. Scheiße, wo kommt der denn jetzt her? Also irgendwo hinten bei dem Eingang, wo wir gerade standen, da wurde ich im Rücken geschossen. Äh, dann habe ich jetzt nicht gerechnet, ey. Ich schaue nicht, weil die mir hundertprozentig versprochen hat, dass es keiner mehr da ist. Geh mal weiter links rum. Es könnte aber sein, dass es wirklich nur einer ist, ne? Wer weiß. Da, 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 links. Ja, ja. Ich glaube, der ist tot. Er rumgeschafft. Der ist tot. Der, genau der Typ hat mich auch erschossen. Ich geh mal Richtung Haus. Hast du das? Äh, ja. Da, da ist das Scheißfeld. Ach, Gott. Da, da. Oh, Gott. Wo, wo? Oh, hier lieg ich nicht schön da schon drin? Wunderschön. Hat die da echt im Haus gecampt? Das waren die Leute. Ich bin abgeschossen, ich bin noch mal abgeschossen. Scheiße. Letzte Heiltasche. Ja, ich heil mich. Komm auch aus Richtung Haus. Ja, da, oder? Auf dem Dach, auf dem Dach. Oben. Hab ihn einmal. Jawoll, ich auch. Gut, der ist tot. Jo. Oh, ne, fuck Linda, ja, okay. Ich geh mal, ich geh mal ins Haus. Ich geh durchs Fenster rein. Jo, ich geh durch die Tür. Komm jetzt hier ran? Jo. Ah, hier liegt schon ein Toter. Ja, das war der vom... Ja. Ich gucke oben. Das ist, wenn ihr an der Ecke steht, du... Okay, sorry, aber das muss sein. Hat nun mal Vorrang, hat nun mal Vorrang. Ne, ich glaube, das war's, ja. Achso. Egal in welcher Situation. Egal. Egal. Jo, ich glaube, das waren sie. Vielleicht waren sie noch zu zweit, oder war auch nur ein zweier Team, kann ja auch sein. Aber ich sehe sonst nix mehr. Oh Gott. Oh Gott. Ich hör auch nix mehr. Ich hör auch nix mehr. Jawohl. Jawohl. Hier sind vier. Was ist denn so dabei? Oh, ich hab ne Verwandtasche. Sehr gut. Ich kann mich nochmal heilen. Signalfeuer, jawohl. Ich hab zwei Blitzbomben und zwei Dynamitstangen. Ja, okay. Na dann, Schrott-Schnabel. Ich hab zwei Hoffbomben. Ah, dann müssen wir die... Die Hoffbomben sind super stark. Oh, ich hab zwei Blitzbomben. Ich hab die Dynamit schon in der Hand. Warte mal. Also nicht gezündet, aber... Da, Achtung. Ach, scheiße. Lauert sie doch. Tschut, tschut. Das küsst uns gar nicht doof. Was ist das für'n Geräusch? Ich hab hier ein ganz komisches Geräusch. Achtung, hier nicht hinlaufen, ne? Hier liegt eine Falle. Oh, jo. Kann man ihn schärfen? Ich hab die hingelegt. Ach so, okay. Also, ja, genau. Alter, was ist das für'n nerviges Geräusch? Klick, 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 klack. Oh, jetzt ist es vorbei. Ah, es sieht auf. Gott sei Dank. Warte, hier an den Eingang legen ich doch ein Draht. Ach so, ja, okay. Bewacht den Eingang, wo wir reingekommen sind. Das weiß ich nicht, dass so viel Geräusch. Oh, das wollte ich jetzt mal sehen. Wie sieht das aus? Alter, sagst du die Bombe? Ja, alles von der Bombe. Boah, das ist ja krass. Okay, das ist richtig gut. Ich glaub, die ganze Zeit ich den Stacheldraht. Ja, weil oben, das ist wieder so verpackt, ewig. Hier werden doch Heidung. Ich hab volle OP, tatsächlich. Ja gut, durch die Verbannung. Dieses Lied von Britney Spears kenn ich gar nicht. Okay. Jetzt nicht mal drüber in den Charts. In den Vinyl-Charts. Oh mein Gott. Der blutet jemand. Mein ja nur. Nee, nee, nee. Ich hab' ein Pferd gehört. Witzig, witzig, alles was ich hab' ein Pferd gehört. Alles still. Wo ist der Ausgang? Boah, richtig bescheuert. Ganz im Süden, ganz im Westen, oder ganz im Nordwesten. Südnester Westen. Kann man eigentlich auch durch, also so Türen kaputt schießen? Weiß ich nicht. Du kannst auf jeden Fall durch Schlitze durchschießen. Ja. Ja, nehmt euch. Nehmt ihr. Trophäen. Gönnt euch. Gönnt wir uns mal. Au, au, German Dealer, Dad. Puh, du, du. Fick mir den Gesinthe. Kein Spieler in der Nähe. Okay. Dann. Gehen wir vielleicht hier hinten raus und direkt nach Süden. Ach, Falle. Sehr gut. Ja, 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 ja. Gut, ne? Ich aktiviere die Falle mal wieder. Oh ne, ich finde die einfach mit. Oder so. Das Fleisch. Skadelle. Ah, halt die Kette. Falle. Okay. Äh, ist die Beste nicht mal. Okay. Oh. das klavier drin ist eine eigenschaft eigentlich hört sich kugelfänger schlecht an richtig vor allem wenn du eigenschaften die hast du heute die menschen slots voll und du kannst ja auch nur für blutmarken auch wieder rausnehmen halbes pferd vielleicht wo ist die andere hälfte es ist immer eine andere hälfte könnte auch ein stück fährt sein wer weiß läuft eigentlich der der tagesauflauf hier also ist das wird das dann mal dunkler langsam oder ist das immer eine tageszeit ich glaube das ist immer eine tage ich habe doch nicht gesehen dass das sich ändert ist zufällig also ja genau weil bei welchen ding du startest ist zufällig und das bleibt eigentlich meistens so wie ein tante dann ist aber richtung westen das hap pferdestücke immer noch können spieler ach so ja ja das hat man mal gucken ne oh steht noch einer auf ja war die das alter das fällt um endlich wach 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 rot 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 ok na hihihi ah oh neun stück brauch ich nur noch das machbar ey das sind auch mal ein los ja wollen noch sieben stück ich hab nur noch drei schuss hab ich ne mal die revolver oder den revolver ich glaub das sind echt keine mehr ja glaub ich auch ist da so ein ding noch im weg was der teufel komm her ja noch wasser teufel da haben jetzt alle schüsse getroffen ja ich habe überlebt das war auch ne coole runde echt viele gegner platt gemacht ja das waren ja auch alles loser krass die hatten ja alle kein premium skin ja ganz genau ja doch der andere das war ja so ein bären ding weißt du dieselbe skin das ist dann wieder ist cool du tust mich killen ja einfach ja easy clone war das ja klone sind doch immer so die sind doch immer leicht fertig zu machen oder die sterben doch schon so im sonnenlicht oder sowas die können doch nicht so gut laufen und so die haben das noch nicht gelernt die kennt seine spinne an der decke beuchtet mich bitte mal ne revolvermonte drauf werfen ja ok oh trainingsmodus abgeschaffen ist ja schön mhm ach jetzt hab ich das übersprungen geschehen warte nimmst du noch jetzt die mission wir haben 8 leute gekillt echt ich hab 1000 100 bekommen dieses kopfgeld ist super krass wenn man da die leute besucht hab ich da über 400 für bekommen ich hab jetzt fast 1000 einfach ich hab jetzt fast 1000 einfach ich hab jetzt fast 1000 einfach boah wir haben 8 leute getötet krass ich bin hier noch im auswertung ich will das schon sehen wie es hoch zählt das guck ich mir auch mal gerne an Frage 28, das ist mein Charakter erst. Oh, ich habe das Mark freigeschaltet. Eventfreischaltung. Oh, ich habe das Mark freigeschaltet.